stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen dieses Gebet soll und muss gebetet werden dass ich sie retten kann Heilands Worte Milliarden und Millionen Mal dein Jesus Barmherzigkeit Barmherzigkeit mein Jesus für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern wir das kostbare Blut und die Bluttränen dem himmlischen Vater auf für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihrem Bluttränen dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen und ich kann sie retten verkünde es Heilands Worte Ich brauche Söhne und Seelen die dieses Gebet täglich womöglich mehrmals lieben Ich danke euch dafür meine lieben Kinder Bezegnet euch mit seiner göttlichen Kraft und auch ich segne euch eure liebe Mutter Amen Amen Gelobt sei Jesus Christus Amen Amen Maria mit dem Kind und zu allen deinen Segen Mäß Amen Mäß Amen Mäß 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 Mäß